Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12965 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Aus Sicherheitsgründen trage ich immer eine Schwimmweste, wenn ich im Wasser spiele. Aus Sicherheitsgründen trage ich immer eine Schwimmweste, wenn ich im Wasser spiele. In meinem Schlafzimmer herrscht eine gemütliche Atmosphäre, die mich zum Schlafen und Träumen einlädt. In meinem Schlafzimmer herrscht eine gemütliche Atmosphäre, die mich zum Schlafen und Träumen einlädt. Auf dem Flohmarkt fand ich ein gebrauchtes Fahrrad, das ich für einen Bruchteil des Neupreises kaufen konnte. Auf dem Flohmarkt fand ich ein gebrauchtes Fahrrad, das ich für einen Bruchteil des Neupreises kaufen konnte. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Weihnachten ist ein Fest der Freude und des Dankes. Weihnachten ist ein Fest der Freude und des Dankes. Weihnachten ist ein Fest der Freude und des Dankes. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Heute kochen wir das Gericht gemeinsam. Ich zeige dir, wie es geht. Heute kochen wir das Gericht gemeinsam. Ich zeige dir, wie es geht. Heute kochen wir das Gericht gemeinsam. Ich zeige dir, wie es geht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.